Herzlich Willkommen zum ökumenischen Gottesdienst aus Teterow. Schön, dass Sie mit dabei sind. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir beten, dass wir durch die Gaben des Heiligen Geistes Mut fassen, auf die Menschen um uns herum zu gehen und dass in unserem Denken, Fühlen, Reden und Handeln die Gaben des Heiligen Geistes sichtbar werden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 In unseren Gottesdiensten möchten wir ein bisschen auf die Eigenheiten unserer einzelnen Gemeinden und Traditionen hinweisen. So ganz kann man das nicht sagen, dass Weihrauch typisch katholisch ist. Typisch biblisch könnten wir auf jeden Fall sagen. Denn die Bibel erzählt an vielen Stellen von der Verwendung des Weihrauchs. Der Prophet Jesaja weiß, dass der Tempelraum Gottes voll Weihrauch gefüllt ist. Am Tempel in Jerusalem kündet die Rauchwolke den Pilgern schon von fern die Gegenwart Gottes an. Und die Weisen aus dem Morgenland ehren mit Gold, Mürre und eben Weihrauch das neugeborene Kind, das sie in der Krippe finden. Gold weist auf den König hin, Mürre auf das Menschenkind, Weihrauch auf den Gottessohn. Und so verwenden wir in der katholischen Liturgie Weihrauch, um auf Christus hinzuweisen, der in unserer Mitte, der in unserer Feier gegenwärtig ist. Im Wort des Evangeliums, das wir hören und in dem er zu uns spricht. In den eucharistischen Gaben von Brot und Wein, in denen er gegenwärtig ist. In der versammelten Gemeinde, die sich in seinem Namen zusammenfindet. Und in der Person des Priesters, der von Christus selbst beauftragt ist und ihm Stimme gibt, um in der Gemeinde zu sprechen und sie zu führen. Und schließlich werden Altar und Kreuz verehrt, denn das ist der Ort, den Gott sich zum Thron in der Welt erwählt hat. So weist uns der Weihrauch über uns selbst hinaus und auf den, der geheimnisvoll in unserer Mitte ist. So wie der Weihrauch zum Himmel emporsteigt, möge an diesem Tag, an diesem Feiertag der Dreifaltigkeit, unser Lob, aber auch unsere Bitten zu Gott emporsteigen. Und vielleicht dringt bis zu ihnen ein Stück von diesem Duft des Himmels in die Nase. Juhu, jetzt kommt der Kinderzweih, viel Spaß! Hallo, liebe Kinder! Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Online-Gottesdienst. Heute sehen wir uns an dieser Stelle vielleicht zum letzten Mal, aber wir treffen uns bestimmt wieder. In der Kinderstunde oder in der Kinderkirche oder vielleicht sogar in der Schule. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich muss erst mal Charlie begrüßen. Ich glaube, Charlie hat sich heute verlaufen. Hier regnet es doch nicht. Seht ihr ihn? Hallo, hallo, Charlie! Was wackelst du denn da mit dem Regenschirm? Was machst du denn da? Den Regenschirm brauchst du hier nicht. Ha, hast du eine Ahnung! Ich habe den Schirm als Schutzschild. Ich habe damit bisher alles abgewehrt. Was hast du abgewehrt? Ach, wir haben gerade Angriff der Luftballons gespielt, aber mich hat keiner getroffen. Oh, Charlie, das Spiel kenne ich noch nicht. Das musst du mir mal erklären. Typisch Erwachsene. Alle Kinder haben Luftballons und werfen damit die Kinder im Kreis ab, die sich mit den Schirmen verteidigen. Ho, ho, das war ein Spaß. Im Sommer machen wir das mit Wasserbomben. Das macht noch viel mehr Spaß. Aber mich hat keiner getroffen. Oh, toll, Charlie, aber kannst du ihn jetzt trotzdem mal runterlegen? Sonst sehen wir dich gar nicht so richtig gut. Na gut. Aber ein Schirm ist was ganz, ganz Tolles. Da hast du recht, Charlie. Heute habe ich nämlich mit dir was ganz Besonderes vor. Nachdem ich immer die Geschichte alleine erzählt habe, die wir mitgebracht haben, wollte ich heute, dass wir sie gemeinsam erzählen. Was hältst du davon? Na gut, mal gucken, ob ich das kann. Ja, und ich habe sogar für dich Verstärkung mitgebracht. Alle Kinder, die jetzt vor dem Fernseher sitzen, die werden dich ganz bestimmt dabei unterstützen. Charlie, da bin ich mir ganz sicher. Wir können ja mal eine Probe machen. Ich sage dir einen Satz vor und du sprichst ihn nach. Okay? Gut. Alle Kinder sind klasse. Alle Kinder sind klasse. Jesus liebt alle Kinder. Ja, Jesus liebt alle Kinder. Siehst du, das funktioniert doch wunderbar. Vielleicht habt ihr zu Hause ja auch schon den Mut gehabt, einfach mitzusprechen. Wenn nicht gerade ein Baby, das gerade schläft, nebenan liegt, dann würde ich euch bitten, Charlie einfach zu unterstützen und mitzusprechen, wenn Charlie seine Rolle spricht. Okay? Die Menschen strömen in Scharen zu Jesus. Aus allen Dörfern und Städten kommen sie, um ihn zu sehen. Und sie wollen ihm zu hören. Jesus ist ein guter Redner. Er redet gut. Er redet gut. Wir hören ihm gerne zu. Wir hören ihm gern zu. Und sie wollen ihn sehen. Denn man erzählt sich ganz merkwürdige Dinge und erstaunliche Dinge über Jesus. Aber da sind so viele Leute, so viele Menschen. Wo ist Jesus nur? Sie recken die Hälse. Die Jünger von Jesus stehen bei ihm. Sie gehören zu ihm. Darauf sind sie ganz schön stolz. Alle sollen sehen, wie wichtig sie sind. Das sind die Jünger. Das sind die Jünger. Wichtige Leute. Wichtige Leute. Da. Da kommen Frauen. Die wollen mit ihren Kindern kommen. Die haben ihre Kinder dabei. Sie versuchen zu Jesus durchzukommen. Seht nur die Kinder. Seht nur die Kinder. Die sind ja noch so klein. Die sind ja noch so klein. Die Jünger wollen die Frauen nicht zu Jesus lassen. Sie haben mit ihren Kindern nichts bei Jesus zu suchen. Jesus hält gerade eine wichtige Rede. Davon verstehen die nichts. Hört auf zu drängeln. Hört auf zu drängeln. Macht, dass ihr wegkommt. Macht, dass ihr wegkommt. Die Mütter und die Kinder gehen enttäuscht wieder weg. Sie haben keine Chance. Sie kommen nicht zu Jesus. Es hat keinen Zweck. Es hat keinen Zweck. Wir kommen nicht durch. Wir kommen nicht durch. Da. Jesus ruft was. Was sagt er da? Was sagt er da? Er schimpft mit den Jüngern. Ha. Er schimpft mit den Jüngern. Jesus will, dass die Mütter mit ihren Kindern zu ihm kommen. Sie sind wichtig für ihn. Jesus nimmt die Kinder in den Arm. Die Menschen staunen und freuen sich. Er mag Kinder. Er mag Kinder. Er mag Kinder. Er nimmt sie in den Arm. Er nimmt sie in den Arm. Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Wer so echt und einfach vertraut und glaubt, der gehört zu Gott. Gott. Ihnen gehört das Reich Gottes. Sie sind Gottes Kinder. Wir gehören zu Jesus. Wir gehören zu Jesus. Wir sind Gottes Kinder. Wir sind Gottes Kinder. Toll, Charlie. Das hast du schön gemacht. So war das damals, als die Frauen mit ihren Kindern zu Jesus kommen wollten. Sie wollten gern, dass Jesus die Kinder segnet. Was heißt denn segnen? Segnen heißt, ich vertraue mein Kind Gott an. Das kann man machen durch eine Handlung, indem man den anderen die Hände auf dem Kopf legt oder vielleicht ein Kreuz auf die Stirn zeichnet. Ich vertraue Gott mein Kind an. Und Jesus hat hier die Kinder gesegnet und im Arm genommen. Die Muttis wollten, dass Jesus den Kindern Gutes tut. Und dass er ihn mit der Nähe Gottes beschenkt. Und das gilt heute auch noch. Das ist mit segnen gemeint, Charlie. Und was habe ich davon? Naja, wir dürfen Gott um seinen Segen bitten, also um seinen Schutz. Und weißt du, Charlie, da finde ich deinen Schirm eigentlich total toll. Ich hole den mal. Dieser Schirm ist ja wie ein Schutzschild. Es schützt dich nicht bloß vor Regen, sondern wenn wir sagen, wir wünschen, dass du unter Gottes Schutz lebst, unter Gottes Schirm, dann wünschen wir dir, dass Gott dich behütet. Egal was kommt, egal wohin du gehst. Für alle Kinder, die jetzt vielleicht in die Ferien gehen, die das erste Mal ein Zeugnis kriegen oder eine Beurteilung oder die eingeschult werden oder die das erste Mal in den Kindergarten gehen oder für alle, die die Schule verlassen. Wir wünschen sehr, dass ihr unter Gottes Schutzschirm geht. Haha, und Gottes Segen ist wie ein Schirm, stimmt's? Ich kann unterschlüpfen und bin ganz doll beschützt. Genau, Charlie, du hast genau verstanden, was ich meinte. Und diesen Segen, den wünschen wir euch von ganzem Herzen. Einen gesegneten Sommer, eine gesegnete Zeit. Charlie, und dir und mir wünsche ich das auch. Tschüss! Tschüss! Möge der Segen Gottes mit dir sein, Möge der Segen Gottes in dir wohnen, Möge die Gegenwart Gottes dein Herz erlusten, Jetzt und auf immer. Möge die Gegenwart Gottes dein Herz erlusten, Jetzt und auf immer. Möge die Gegenwart Gottes dein Herz erlusten, Jetzt und auf immer. Möge die Gegenwart Gottes dein Herz erlusten, Jetzt und auf immer. Möge die Gegenwart Gottes dein Herz erlusten, Jetzt und auf immer. Möge die Gegenwart Gottes dein Herz erlusten, Jetzt und auf immer. Möge der Friede Gottes mit dir sein, Möge der Friede Gottes in dir wohnen, Möge die Gegenwart Gottes dein Herz erleuchten, ja, und auf immer. Möge die Gegenwart Gottes dein Herz erleuchten, ja, und auf immer. Möge der Himmel Gottes in dir sein, möge der Himmel Gottes in dir wohnen, Möge die Gegenwart Gottes dein Herz erleuchten, ja, und auf immer. Möge die Gegenwart Gottes dein Herz erleuchten, ja, und auf immer. Ich lese aus dem vierten Buch Mose im sechsten Kapitel. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Musik 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 Singt dem Herrn alle Völker der Erde, Tag für Tag wagen wird sein Heil. Singt dem Herrn alle Völker der Erde, Tag für Tag wagen wird sein Heil. Singt als wäre es zum ersten Mal, singt in allen Sprachen und Tönen, singt und ruft seinen Namen auf. Singt dem Herrn alle Völker der Erde, Tag für Tag wagen wird sein Heil. Singt dem Herrn alle Völker der Erde, Tag für Tag wagen wird sein Heil. Werdet nicht müde von ihm zu sprechen, von seinem verborgenen Gegenwart, in allem was wird und erschützt. Singt dem Herrn alle Völker der Erde, Tag für Tag wagen wird sein Heil. Singt dem Herrn alle Völker der Erde, Tag für Tag wagen wird sein Heil. Sucht neue Worte, das Wort zu verkünden, neue Gedanken, es auszudenken, damit soll er nicht in die Botschaft tun. Singt dem Herrn alle Völker der Erde, Tag für Tag wagen wird sein Heil. Singt dem Herrn alle Völker der Erde, Tag für Tag wagen wird sein Heil. Singt dem Herrn alle Völker der Erde, Tag für Tag wagen wird sein Heil. Singt dem Herrn alle Völker der Erde, Tag für Tag wagen wird sein Heil. Singt dem Herrn alle Völker der Erde, Tag für Tag wagen wird sein Heil. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde der Stadt Teterow, in ihren verschiedenen Ausprägungen, ob katholische, evangelische, baptistische oder als freie Gemeinde. Liebe Geschwister, durch den Glauben an Jesus, wo immer ihr uns zuschaut. Wir sind nun am Ende einer Phase von Online-Gottesdiensten angelangt. In einer Woche werden unsere vier Gemeinden wieder jeweils an ihren eigenen Städten Gottesdienst haben. Eine spezielle Zeit liegt hinter uns und wir reiben uns verwundert die Augen über das, was wir erlebt haben. Ein Segen Gottes war es auf jeden Fall. Es war eine Fügung Gottes, es war sein Zeitpunkt für uns als Ortsgemeinde. Am Ende sind es 14 Online-Gottesdienste, die geplant und durchgeführt wurden. Was bleibt nun davon? Ist etwas anders geworden? Kann man weitermachen wie früher? Worauf wollen wir für die Zukunft aufbauen? Es bleiben Fragen und diese Fragen sind berechtigt und wir sollten sie sorgfältig bedenken und Antworten anstreben. Ich finde, mit dem Predigtext will Gott uns schon mal eine Antwort geben. Als wenn er unsere Situation hat kommen sehen, sagt er, so sollt ihr die Söhne Israel segnen. Oder anders ausgedrückt, segnet einander. Segnen meint dem anderen Gutes wünschen. Das kann durch Worte geschehen, auch durch entsprechendes Handeln, indem wir einander Gutes tun. Gott gibt dann den Wortlaut quasi vor, wie der Segen aussehen soll. Der Herr segne dich und beschütze dich. Ich habe überlegt, wie könnte dieses Segnen im täglichen Erleben der Tetroer Christen innerhalb der Ökumene aussehen. Da kam mir ein Beispiel, dass jeder in ganz unterschiedlicher Form entsprechend seinen täglichen Verrichtungen nachvollziehen könnte. Ich selbst fahre beruflich mehrmals in der Woche mit dem Zug nach Neubrandenburg. Wenn ich zum Bahnhof gehe, kann ich den Weg durch die Stadt nehmen. Ich komme einer evangelisch-lutherischen Kirche St. Peter und Paul vorbei und spreche innerlich. Herr, segne diese Kirche und alle, die sich zu ihr halten. Ja, möge dieser Raum und die dazugehörenden Menschen geschützt sein. Und über die Wagener Straße komme ich zum Platz des Friedens und sehe die evangelisch-freikirchliche Gemeinde und sage leise, möge der Segen und der Schutz Gottes auch hier wirksam sein für die Gemeinde und das damit verbundene Sozialwerk. Und dann komme ich an der Freien Christengemeinde vorbei, zu der ich gehöre und sage, ja, Herr, möge dein Segen und Schutz auch in diesen etwas verborgenen Räumen wirksam sein. Und kurz vor dem Ziel habe ich linke Hand die katholische Kirche St. Petrus mit dem St. Ansgar Pflegeheim und auch hier kann ich um den Segen Gottes und seinen Schutz bitten. Versteht ihr, was ich meine? Wir haben in den letzten Wochen eine Verbundenheit erlebt wie nie zuvor. Und wir fangen an zu verstehen, dass jede unserer Gemeinden für sich nur ein Fragment der Kirche Jesu Christi in Tetru darstellt. Wir merken, dass wir einander brauchen, gegeneinander schadet, miteinander nutzt. Die Online-Gottesdienste haben gezeigt, dass wir etwas auf die Beine stellen können, wenn wir zusammenarbeiten. Allein, jeder für sich, hätten wir das nicht geschafft. Und Gott hat zu dieser Einheit seinen Segen gegeben. Wenn wir diese Online-Gottesdienste in der nächsten Zeit nun nicht mehr in dieser Form haben, so bleibt doch diese Aufforderung Gottes bestehen, einander zu segnen. Der Herr segne dich und beschütze dich. Und dieser Segen geht weiter. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Manche haben uns ein Feedback von den Online-Gottesdiensten gegeben und meinten sinngemäß, so kann das immer bleiben. Ja, an solch schön gestaltete Formen kann man sich gewöhnen. Da sieht man nicht Gemeindeglied X oder Y mit seiner vielleicht etwas schrägen Art. Die aktuelle Situation und die Probleme der eigenen Gemeinden, die spielen keine Rolle. Es ist einfach schön. Aber nun geht es wieder zurück in die eigene Versammlung. Die für mich vielleicht schwierigen Glaubensgeschwister sind wieder anwesend. Die anstehenden Probleme sind immer noch da und warten auf eine Lösung. Mit einmal ist der so menschliche und irdische Aspekt des Gemeindelebens wieder voll vor unseren Augen. Machen wir nun weiter wie bisher? Geht das überhaupt? Darauf vermag ich keine pauschale Antwort zu geben. Aber wenn Gott sein Angesicht über uns leuchten lässt, bedeutet das zunächst, dass er uns sieht. Er hat uns im Blick. Er verliert uns nicht aus den Augen. Er sieht auch unsere Eigenheiten, unsere Situation, unsere zwischenmenschlichen Befindlichkeiten. Und es ist noch mehr. Wenn er sein Angesicht über uns leuchten lässt, dann will er Licht in unser persönliches Dunkel bringen. In die spezielle Situation unserer Gemeinde. Und will uns Wege aufzeigen, wie wir damit umgehen können. Licht bedeutet neue Hoffnung, neue Freude, neue Lösungsansätze. Gott sagt in Psalm 32, Vers 8. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das geschieht, wenn Gottes Angesicht über uns leuchtet. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Da kommt so manches ans Tageslicht, wenn Gott in unsere Tiefen hinein schaut und hinein leuchtet, was nicht nur schön ist. Ja, wir sind ganz und gar nicht so geistlich, wie man es sich wünscht oder von uns erwartet. Insofern will er uns gnädig sein und wir merken, dass wir das auch brauchen. Im Hinblick auf Jesus, der am Kreuz sein Blut für uns vergoss, haben wir Vergebung unserer Schuld und erhalten tatsächlich Gnade. Und offenes Reden miteinander und gegenseitiges Vergeben sind eine gute Grundlage für die Zukunft. Und der Segen geht weiter. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Über diese Formulierung habe ich mich immer gewundert. Wie kann Gott sein Angesicht, seinen Blick erheben, um auf mich zu schauen? Ich bin doch das kleine Menschlein unten auf der Erde und er ganz weit oben. Da fiel mir ein Bild ein. Ein Vater hebt sein kleines Kind hoch über sich. Manche werfen es hoch, um es dann aufzufangen. Und die Kleinen jubeln vor Begeisterung. So ist es auch mit Gott, wenn er dich oder mich über seinen Kopf hochhebt wie ein Papa. Und er schaut nach oben auf uns voller Freude. Sifania 3,17 heißt es von Gott. Er freut sich und jubelt über dich. Er jubelt über dich und frohlockt, wie man frohlockt an einem Festtag. Ich glaube, dass Gott als unser himmlischer Vater begeistert ist von seinen Kindern. Wenn wir einander segnen, lasst uns dies im Auge haben, dass Gott von uns begeistert ist. Denn wir sind durch den Glauben an Jesus seine Kinder. Und für seine Kinder ist Gott alles andere als steif. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Zusätzlich zu dieser Freude kommt der Frieden. Dieser Schalom Gottes. Ein Frieden, der über die Abwesenheit von Krieg weit hinausgeht. Der Heilung und von Beziehungen einschließt. Der Wiederherstellung von Kaputtem und Kranken bedeutet. Ein Frieden, der höher ist als alles Menschliche erfassen. Frei von Sorge, erfüllt von tiefem Vertrauen, von der Zuversicht, dass Gott um alles weiß, alles in seiner Hand hat, aus Not retten kann, aber auf jeden Fall alle Dinge zu unserem Guten zusammenfügt. Gott sagt zum Abschluss unseres Textes, wenn ihr so meinen Namen auf die Söhne Israels legt, werde ich sie segnen. Das ist schon großartig. Wenn wir den Segen sprechen, wird Gott diesen Segen praktizieren. So gehen wir aus dieser Reihe von Online-Gottesdiensten im Segen und gegenseitigem Segnen. Möge das eine Geflogenheit der Tetroer Gemeinden werden, einander Segen zu sprechen. Und Gott wird dem Segen segnen. Amen. Vielleicht sagt sich jetzt der eine oder andere, das mit dem Segnen finde ich eine gute Idee. Ich könnte eine Gedankenstütze gebrauchen, um dies umzusetzen. Wir haben hier eine Segenskarte vorbereitet, mit diesem Segen etwas erweitert. Und auf der Rückseite sind die Adressen und Gottesdienstzeiten der Tetroer Gemeinden. Wer diese Karte nutzen möchte, kann uns über die eingeblendete E-Mail-Adresse anschreiben oder über die Telefonnummer 03996 188 9996 anrufen und bekommt dann eine solche Karte zugeschickt. Noch eins zum Schluss. Diesen Segen können wir auch unserer Familie, der Stadt und sogar schwierigen Menschen zusprechen. Wenn Gott aufgrund dieses Segens handelt, können selbstproblematische Beziehungen zum Guten geändert werden. In diesem Sinne bleibt behütet und gesegnet. Seit fröhlichem Morgen, beharrlichem Gebet, Bestandhaft in aller Weltringen. Gesegnet. 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 Wie Weihrauch steigt unser Gebet zu Gott empor. Von ihm können wir alles erbitten und von ihm dürfen wir alles erhoffen. Wir wenden uns jetzt im Gebet an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Nach den jeweils genannten Andiegen wird ein Weihrauchkorn auf glühende Kohlen gelegt. Der Duft verbreitet sich und steigt zum Himmel empor, so wie unser Gebet empor steigt. Wir laden Sie ein, in dieser Zeit der Stille Ihr eigenes, persönliches Gebet in den genannten Anliegen zu sprechen. Gott, unser Vater im Himmel, alles hast Du erschaffen. Wir bitten Dich. Für alle, die Dich noch nicht kennen. Für die, die sich für den Erhalt Deiner Schöpfung engagieren. Und für jene, die sich nach einem Neubeginn sehnen. Mein Beten steige vor Dir auf, wie weihrauch Herr vor Deinem Angesicht. Jesus Christus, für uns Menschen und zu unserem Heil bist Du vom Himmel gekommen. Wir bitten Dich. Für alle, die auf ein Wort des Trostes warten. Für die, die sich gegen Rassismus und Unrecht einsetzen. Und für jene, die jetzt helfen, Wege in die Zukunft zu gestalten. Mein Beten steige vor Dir auf, wie weihrauch Herr vor Deinem Angesicht. Heiliger Geist, Du gehst vom Vater und vom Sohn aus und belebst alles. Wir bitten Dich. Für alle kranken und einsamen Menschen in unserer Nachbarschaft. Für jene, die in den Wochen der Krise kraftlos geworden sind. Und für die Toten. Mein Beten steige vor Dir auf, wie weihrauch Herr vor Deinem Angesicht. In diesem Gottesdienst und schon über die vielen Wochen wissen wir uns in den Videoandachten am Sonntagmorgen als Christen über die Konfessionsgrenzen hinweg verbunden. So auch heute Morgen. Wir denken an die Gemeindemitglieder unserer vielen Gemeinden. Wir denken an die Schwestern und Brüder in unserer Nachbarschaft und in der Gemeinschaft der weltweiten Christenheit. Gott, lass uns lebendig erfahren, dass wir zusammengehören. In Gebet und Fürbitte, in Leben und Dienst, in Freude und Leid. Du führst Deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit. Dir sei Lob und Ehre in Ewigkeit. Amen. Musik Geh unter der Gnade. 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 Neue Stunden, neue Tage, zwingend nur steigst du hinein. Wird die neue Zeit dir passen, ist sie dir zu groß, zu klein. Geh unter der Gnade, geh in weites Leben, geh in seinem Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder wuchst. Gute Wünsche, gute Worte wollen ihren Leiter sein. Doch die besten Wünsche binden alle in den Heilen ein. Geh unter der Gnade, geh in Gottes Segen, geh in seinem Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder wuchst. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Liebe. Wir sind am Ende des Gottesdienstes angekommen. Wir wollen den Gottesdienst wie immer beschließen mit der Segensbitte, der Bitte um diesen guten Segen, von dem wir so viel gehört haben in diesem Gottesdienst. Wir wollen ihn so verstehen, dass wir ihn mitnehmen, jeder für sich in seinen Alltag. Gott gebe dir für jeden Sturm einen Regenbogen, für jede Träne ein Lachen, für jede Sorge eine Aussicht und eine Hilfe für jede Schwierigkeit, für jedes Problem, das das Leben schickt, einen Freund es zu teilen. Für jeden Seufzer ein schönes Lied und eine Antwort auf jedes Gebet. Der segne uns und behüte uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden. Amen. 14 Mal haben wir jetzt ökumenisch miteinander am Sonntag Gottesdienst gefeiert und jetzt gehen wir langsam wieder auseinander und das Leben in unseren Gemeinden beginnt auch langsam wieder. Ich lade ganz herzlich ein zur Feier des Fronleichnamsfestes. Am Donnerstag um 9 Uhr feiern wir hier in Teterow in St. Petrus die Heilige Messe und am Abend um 18.30 Uhr in Madgendorf Heilige Familie, jeweils mit Aussetzung, kurzer Andacht und dem sakramentalen Segen am Ende der Heiligen Messe. Danke, dass Sie dabei waren. Am kommenden Sonntag ist der Gottesdienst hier in St. Petrus Kirche um 9.00 Uhr. Die Heilige Mitglieder der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde sind herzlich eingeladen zum Gottesdienst. Am kommenden Sonntag feiern wir im Pfarrgarten um 10.30 Uhr. Herzlich willkommen. Und die Freie Christengemeinde lädt einen zu ihrer Versammlung am Sonntag um 10.00 Uhr in die Niedersdienststraße 11.00 Uhr. Und für unsere Gemeinde darf ich herzlich einladen, nächsten Sonntag um 10.00 Uhr in Dagun, in Malchin, in Teterow. Seid herzlich willkommen und wir freuen uns wieder gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Wenn Sie jetzt nicht angesprochen sind, weil Sie nicht zu den vier Gemeinden gehören, dann seien Sie einfach dabei. Oder rufen Sie uns an und wir suchen gemeinsam nach einer Gemeinde, in der Sie dann auch Gottesdienst feiern können, in einer Zeit, wo man sich wieder treffen darf. Gott befohlen. Bis nächste Woche. Licht dieser Welt Du strahlst in unserer Nacht Leuchtest den Wind Lässt mich sehen Herr, deine Schönheit lässt mich anbeten Ewig werde ich vor dir stehen Ich will dich anbeten Will mich vor dir beugen Will dir sagen Du nur bist mein Gott Denn du allein bist herrlich Und du allein bist würdig Und du nur bist vollkommen Gut zu mir Herr aller Zeiten Du bist hoch herrlich im Himmel Doch voller Demut Kommst du kommst du auf die Erde Kommst du auf die Erde Zeigst, worin Liebe besteht Und ich will dich anbeten Und ich will dich anbeten Und ich will dich anbeten Und will mich vor dir beugen Und ich will dir sagen Du nur bist mein Gott Denn du allein bist herrlich im Himmel Denn du allein bist herrlich Und du allein bist würdig Und du allein bist würdig Und du allein bist würdig Und du nur bist vollkommen Und du bist vollkommen Gut zu mir Und Herr, nie begreife ich die Last Die du am Kreuz getragen hast Herr, nie begreife ich die Last, die du am Kreuz getragen hast. Herr, nie begreife ich die Last, die du am Kreuz getragen hast. Herr, nie begreife ich die Last, die du am Kreuz getragen hast. Ich will dich anbieten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott. Denn du allein bist herrlich und du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Herr, ich will dich anbieten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott. Denn du allein bist herrlich und du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Ich weiß, er hat mich befreit, sein Blut bedeckt meine Schuld. Ja, ich weiß, er nahm die Schande auf sich, von Schmerzen halte er mich. Ja, ich weiß, ja, ich weiß, lass alle hören, mein Herr besiegt dir das Glaub. Mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt. Ich weiß, er hat mich befreit, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt. Ich weiß, er hat mich befreit, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt. Du nimmst die Last mir, ich steh auf mit dir. Ich laufe dir entgegen, Herr, und ziehe in dein Reich Gott. Meine Löse lebt, meine Löse lebt, meine Löse lebt. Herr, du mein Gott, ich komme zu dir mit all meinen Fragen, Ängsten meiner Not. Oft frag ich mich, warum all das Leid, Krankheit, Verzweiflung, Ausweglosigkeit. Du bist doch da, allmächtig und groß, und trotzdem greifst du nicht immer heilend ein. Doch dort am Kreuz sahst du das Leid, die Ängste und die Verzweiflung. Alles, was ein Mensch je trug, hast du dort selbst erlebt. Du kommst zu uns, um zu befreien, wir zu retten, zu heilen. Du spürst es jede Art von Schmerz, wird es für uns, sprichst uns frei. Herr, du mein Gott, neu sehe ich. Du wolltest nie Leid, Krankheit oder Tod. Darum kommst du als Mensch auf die Welt. Einmal werd ich verstehen, was hier unmöglich scheint. Verstehen, was hier unmöglich scheint. Doch dort am Kreuz sahst du das Leid, die Ängste und die Verzweiflung. Alles, was ein Mensch je trug, hast du dort selbst erlebt. Du kommst zu uns, um zu befreien, wir zu retten, zu heilen. Du spürst es jede Art von Schmerz, wird es für uns, sprichst uns frei. Doch dort am Kreuz sahst du das Leid, die Ängste und die Verzweiflung. Alles, was ein Mensch je trug, hast du dort selbst erlebt. Du kommst zu uns, um zu befreien, wir zu retten, zu heilen. Du spürst es jede Art von Schmerz, wird es für uns, sprichst uns frei. Ich will Vertrauen auf dein Wort bauen. Du führst und leitest mich sicher bis ans Ziel, sicher bis ans Ziel. Du bist ein wunderbarer Mensch, der mich zum frischen Wasser führt. Du bist ein wunderbarer Mensch, der mich zum frischen Wasser führt. Und ... Um Mister ... Der mich zum frischen Wasser ... Du bist mein Gott ... Ich komm, ich komm an deinem Tisch, ich komm, ich komm und bin der Wiss. Du bist mein wunderbarer Himmels. Du hast mein Haupt gesalbt mit ihm, den Lecher bis zum Rand gefüllt. An deiner Hand wird meine Seele stehen, sie wird stehen. Ich komm, ich komm an deinen Tisch, ich komm, ich komm und ich bin gewiss, du bist mein Gott. Du bist mein wunderbarer Himmels. Ich komm, ich komm, ich komm, ich bin gewiss, du bist mein Gott. Ich komm, ich komm, ich komm, ich bin gewiss, du bist mein Gott. Ich komm, ich komm, ich komm, ich bin gewiss, du bist mein Gott. Ich komm, ich komm, ich bin gewiss, du bist mein Gott. Du sagst, ich bin held, wenn ich falleig schoen, wenn ich nicht belong. Du sagst, ich bin yours. Und ich glaube, ich glaube, ich glaube, was du sagen, ich glaube. Du sagst, ich bin gewiss, du bist mein Gott. Du sagst, ich bin dein Gott. Du sagst, ich bin mein Gott. Ich glaube, ich glaube, was du sagen, ich bin gewiss. Und ich glaube, ich glaube, was du sagen, ich glaube. You were very fair, God, and you left all the victory You say I am love, when I can't feel a thing You say I am strong, when I think I am weak You say I am heaven, when I ain't falling short When I don't belong, you say I am yours And I believe, oh, I believe what you say of me And I believe, oh, I believe, yes I believe what you say of me Für deinen Tod und für dein Leben Für deinen Schrei, es ist voll wahr Für deinen Sieg Für deine Liebe Für deine grenzenlose Macht Ich will dir danken, Herr Dich preisen mehr und mehr den Namen Über alle Namen Lob, Dank und Ehre dir Du gabst dein Leben mehr Du bist größer noch als alles Du bist das Wort, das Brot des Lebens Mein Hunger ist in dir gestillt Du bist das Wort, das Wort des Lebens Was immer war und immer ist Ich will dir danken, Herr Dich preisen mehr und mehr den Namen Über alle Namen Lob, Dank und Ehre dir Du gabst dein Leben mehr Du bist größer noch als alles Du bist der Weg Du bist der Weg Du bist die Wahrheit Zum Vater geht es nur durch dich Du bist die Tür Du bist die Tür Du bist die Freiheit Du bist die Freiheit Aus deiner Hand beschenkst du mich Ich will dir Ich will dir danken, Herr Dich preisen mehr und mehr den Namen Über alle Namen Lob, Dank und Ehre dir Lob, Dank und Ehre dir Du gabst dein Leben mehr Du bist größer noch als alles Du bist die Freiheit 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 Frieden mit Gott bringt Frieden mit Gott bringt Er mir allein Leben von oben Ewiges Heil Seine Vergebung Wart mir zu teilen Lass michs erzählen Jesus, du er Wo ist ein Röscher Wie unser Herr Wer kann so segnen Wer so erfroren Keiner als Jesus Keiner als Jesus Lobt ihn allein Er schenkt mir Leben Oh, welche Franz Herrliche Gaben Jesus verlangt Endliche Leitung Schutz in Gefahr Sieg über Sünde Gott kommt Gott kommt uns nah Lass michs erzählen Jesus, du er Jesus, du er Wo ist ein Röscher Wie unser Herr Wer kann so segnen Wer kann so segnen Wer so erfroren Und keiner als Jesus Keiner als Jesus Will ich dienen Will ich dienen Immer mit uns Wenn er mich ruft So bin ich bereit Lass mich erzählen Lass mich erzählen Jesus zu ihm Wo ist ein Röscher Wo ist ein Röscher Wie unser Herr Wer kann so segnen Wer so erfroren Keiner als Jesus Keiner als Jesus Lobt ihn allein Im Dunkeln allein Von dir keine Spur Ich weiß einfach nicht mehr weiter Wünsch mir für den Weg ein Ziel So einsam mein Herz Es zählt sich nach dir Warum kann ich dich nicht spüren Bin ich so weit fort von dir Deine Stimme ruft mich Vater Und ich halte schweigend still Höre, was dein Herz mir sagen lässt Ich bin mein Kind Ich bin mein Kind Und an mir bin ich sicher Ja, du lässt mich niemals los Ich bin mein Kind Ich bin mein Kind Ja, du lässt mich niemals los Ich bin dein Kind Ich strecke mich aus Ergreif deine Hand Du allein weißt, was ich brauche Bist für meinen Weg das Ziel Ich geb dir mein Herz Vertraue auf dich Fühl mich wohl in deiner Nähe Lass die Sorgen hinter mir Deine Liebe führt mich Vater Und ich folge bis zum Ziel Warte, was dein Wort mir sagen lässt Ich bin dein Kind Ich bin dein Kind Ich bin dein Kind Ich bin dein Kind In deiner Nähe bin ich sicher Ich bin dein Kind Gott hat seinen Sohn für uns gegeben Er kam als Mensch in unsere Welt Er starb am Kreuz für meine Schuld Meine Sünde ist vergeben Er ist vergeben Er ist vergeben Er ist vergeben Mit deiner Nähe bin ich sicher Er lässt mich niemals los Ich bin dein Kind Ich bin dein Kind Er lässt mich niemals los Ich bin dein Kind Gnade nicht Gericht Hoffnung nicht Verzweiflung Ich bin dein Kind Bringt uns Jesus durch das Kreuz Treue ohne Maß Erbarmen ohne Grenzen Zeigt uns Jesus durch das Kreuz Für Liebe, die befreit Für Gott, der uns verzeiht Dafür steht das Kreuz Für Licht in der Dunkelheit Für Rettung zur rechten Zeit Dafür steht das Kreuz Dafür steht das Kreuz Trost im größten Leid Heilung tiefster Narben Bringt uns Jesus durch das Kreuz Frieden, der vereint Leben, das uns hier führt Schenkt uns Jesus durch das Kreuz Für Liebe, die befreit Für Gott, der uns verzeiht Dafür steht das Kreuz Für Licht in der Dunkelheit Für Rettung zur rechten Zeit Dafür steht das Kreuz Dafür steht das Kreuz Seht wie selbstlos Der Herrscher der Welt zu uns steht Dass er glanzlos Den leidvollen Weg für uns geht So ist Jesus So ist Jesus So ist Jesus Seht wie restlos Er all unsere Schuld von uns nimmt Und wie selbstlos Er stirbt, damit Liebe gewinnt So ist Jesus So ist Jesus So ist Jesus Für Liebe, die befreit Für Gott, der uns verzeiht Dafür steht das Kreuz Für Licht in der Dunkelheit Für Rettung zur rechten Zeit Dafür steht das Kreuz Dafür steht das Kreuz So ist Jesus So ist Jesus So ist Jesus Oh, wie hoch ist er erhöht Er hat uns mit Gott versöhnen Und betritt uns im Gebet Wer mag sagen und ermessen Wie viel Segen uns entgeht Wenn wir nicht zu ihm uns wenden Und ihn suchen im Gebet Wenn es feines macht Und man Sturm rings um uns weht Brauchen wir uns nicht zu fürchten Stehen wir gläubig im Gebet Daher weiß ich Daher weiß ich Jesu Treue Wie er uns zur Seite steht Als ein mächtiger Errenter Wer hört ein ernst Gebet Sind mit sagen wir beladen Sind mit sagen wir beladen Sei es früher oder spät Hilft uns sicher unser Jesus Wie zu ihm wir im Gebet Sind von Freunden wir verlassen Und wir gehen ins Gebet Und wir gehen ins Gebet Oh, so ist uns Jesus alles König, Priester und Prophet Du sagst, oh die Sonne aufgeht Du bestimmst den Lauf der Zeit Zeigst der Dunkelheit die Grenzen Und du spannst den Himmel weit Du liebst den, der es nicht verdient hat Hilfst dem Schwachen aufzustehen Willst den Tod für meine Rettung Gibst mir Kraft, nach vorn zu sehen Oh, es gibt keinen, der dir gleicht Oh, du mein Gott Bist größer, höher Weiter als der Himmel Und seine Liebe Ist tiefer als das Meer Und was du sagst Bleib Es bleibt für alle Zeit Und die Sonnen halten sich fest An dir Dem Schöpfer der Welt Du sagst Du sagst, wo die Sonne aufgeht Du bestimmst den Lauf der Zeit Zeigst der Dunkelheit die Grenzen Und du spannst den Himmel weit Oh, du liebst den, der es nicht verdient hat Hilfst dem Schwachen aufzustehen Willst den Tod für meine Rettung Gibst mir Kraft, nach vorn zu sehen Oh, es gibt keinen, der dir gleicht Du mein Gott Du mein Gott Bist größer, höher Weiter als der Himmel Und seine Liebe Ist tiefer als das Meer Und was du sagst Bleib Es bleibt für alle Zeit Darum halt ich fest An dir Zum Schöpfer der Welt Du bist größer Du bist größer Höher Weiter als der Himmel Und deine Liebe Und deine Liebe Und deine Liebe Ist tiefer als das Meer Und was du sagst Bleib Es bleibt für alle Zeit Darum halt ich fest An dir Zum Schöpfer der Welt Jesus Du stehst Hoch über allem Ich will dich ehren Mit allem in mir Ich werd deine Wege Niemals ganz verstehen Ich kann dich nicht greifen Doch mein Herz Kann dich sehen Jesus Du bist größer Höher Weiter als der Himmel Und deine Liebe Und deine Liebe Ist tiefer als das Meer Und was du sagst Bleib Es bleibt für alle Zeit Darum halt ich fest An dir Zum Schöpfer der Welt Bis zum Schöpfer der Welt Bis zum Schöpfer der Welt Bis zum Schöpfer der Welt